So, mal gucken, da sind wir live und das Overlay ist verschwunden. Perfekt. So, einen wunderschönen guten Abend, meine werten Zuschauer. Wir sind hier bereits in einer lustigen Discord-Runde, die ich gleich mal anmuten werde. Wir sind schon mehr als bereit für Quatsch in Vollgeiß. Und mit mir am Start ist der, ich fange mal an, wer auch streamt, der Robert. Hallihallo. So, das war... Ich grüße euch. Das war gerade ganz schön leise. Moment, Moment, Moment. Wir kriegen die Lautschecke, kriegen wir noch alles gefixt. Kein Problem. So, dann mit am Start mein wundervoller Mott, der Mr. Max. Ey, hallo. Und zu guter Letzt noch Monsieur Holzkopf. Entschuldigung, es ging nicht anders. Chucky, auch genannt Markus. Hi. Oh, guten Morgen. Grüßt seid ihr alle. Dann mache ich mich auch mal live noch. So, genau. Dann sind wir kurz ruhig. Also, willkommen, willkommen zu unserem Freitagsschremen heute. Vollgeiß mit einer ganz lustigen Runde. Und ich bin schon gespannt, wie ich versagen werde. Das werden wir aber einfach sehen. Mit dabei sind wie immer der Dragon Hannes. Halli, hallo. Und heute auch mit dabei einfach Max. Hallöchen. Und Chucky. Moin, moin. So, und wo bist du denn, Max? Ich sehe dich zwar online bei, aber noch nicht im Spiel. Ja, ich habe wieder Fehler. Du hast wieder, oh, oh. Ich bin ein einziger Fehler. Nein, 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 nein. Du bist ein geiles Stück DNA. Lass dir niemals was anderes einreden und verkauf dich nicht unterm Wert. Ja, das sagt man der Mama auch immer. Ja, Mama loben, genau. So, jetzt gucken wir mal. Oh Gott, was hast du? Okay, Moment, das ist zu gut, um es nicht zu zeigen. Ich wechsle schon mal auf das Spiel rüber. So, denn wir haben, Mama haben immer recht. Apropos, wie konnte ich nur, einen wunderschönen guten Abend auch an Stella. Hallöchen. Hallo, Stella. Wie konnte ich das nur vergessen? Also, im Chat habe ich schon Bescheid gegeben. Ah, man. Ja, ihr habt mich im Vorfeld hier, Monsieur Holzkopf, hat mich ganz schön aus dem Konzept gebracht. Das war nicht gut. Ja, ja. Dann hat es ja auch, warte mal, wie viele Jahre? 33 Jahre Zeit zu üben. So, und ich sehe gerade, du bist wieder zu leise. Aber das passen wir an. So, dann gucken wir mal. So, Multistream ist aktiv. Und ja, Stella, ich gebe dir recht. Mamas haben immer recht. Ich wollte gerade Mama schreiben als Befehl. So, 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 so. So, dann, 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 dann. So. Diese Nachricht anheften. So. Hallo? Ja. So. Okay, wir warten jetzt noch kurz auf Max. Wie ist der Status bei dir? Status, ähm, Down Under. Keine Ahnung. Status Down Under. Okay. Er sagt mir, Epic Games hat einen Fehler festgestellt. Wenn du dich bitte anhören, sofort. Ja. Diesmal ist es ein anderer Fehler. Äh, äh, For what? Hilfe. Ich glaube, wenn ich das jetzt gleich nicht hinkriege, ich werde das jetzt noch einmal kurz probieren, dann müsst ihr erst mal kurz irgendwas spielen, dann wäre nicht einmal kurz Dinge tun. Ja, das kriegen wir ja hin. Das haben wir. Wie gesagt, das Problem hatte ich auch gerade mal mit dem Server, dem musste ich wirklich mal einen kompletten Reset machen. In Ahnung, der hat einfach gelackt. Ich weiß auch nicht, was mit dem war. Der hat einfach gern. Und vom Prozessor hat er mehr Leistung als der Große. Mach ruhig mal eine Runde ohne mich. So, ähm, Stella, ich habe es gerade angepasst. Ist das jetzt besser? Die Musik vom Spiel ist sowieso super nervig. Nein! Stella, spiel doch einfach mit. Irgendwann. Ja, besser. Also, ähm, auch ganz, ganz wichtig, äh, wie ihr im Stream-Titel schon sehen könnt, einfach Ausrufezeichen join und dann bekommt ihr alle Infos, um zu join. Hey! Obvious! Captain Obvious strikes again. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Ähm, ja, ich bin die hässlichste Bono unter dem Sonnenlicht. Äh, und ich habe dafür Geld ausbezahlt. Wer es nicht erkennt, das ist General Rahm von Gears of War. So, äh, Monsieur Holzkurt. Ah, nee. Komm, Markus, äh, du, äh, du hast einen Doom-Skin, wa? Äh, ist das Doom? Ich weiß es nicht. Es ist ein gekaufter Skin. Er ist knubbelig, er ist knuffig, er ist geil. Aber was genau es sein soll, bin ich mir nicht ganz sicher, ey. Okay. Und, Robert, du hast noch nichts freigespielt oder bist noch dabei? Das, was ich anhabe, habe ich freigespielt. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Nee, stimmt, den, äh, den, den Helm, äh, die Mütze muss man machen, wa? Oder? Ich überlege gerade, ich bin da völlig gut. Den killt, das war auch, ja, den killt auch? Hm, den killt auch. Okay. Ich wäre, ich wäre ein, ein Törtchen. Du wärst ein Törtchen, ist das Törtchen? Nein, noch nicht. Oder? Doch. Ach nee, wirst gerade offline, okay. Gut, der dann, manche, ich will das Törtchen sehen. Also, wenn du dann auch eine Show auswählst, können wir uns dann auch bereit machen. Ja, ich überlege gerade, wie war denn jetzt das nochmal mit der Show auswählen? Da, 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 da. Profis. Was unten rechts? Unten rechts. Einfach auf spielen, ach so. Äh, wir wollen Trupps, nehme ich mal an, ne? Ich bin da für alle Schandtaten offen. So. Trupps, ich. Ach so, warte mal, da, okay. So, Moment, Moment. Naja, von den Spielen macht es einen Unterschied. So, empfohlen. Okay, wir gehen auf. Also, wir haben beides schon gespielt und beides war eigentlich ziemlich witzig. Okay. Es gibt jetzt auch noch diese Trupps mit den, ähm, mit diesen ganz neuen, mit diesen neu hergestellten Toppen. Nein, die sind auch nicht lustig. Ja, die sind in der Runde, ne? Ist das Törtchen bereit? Das Törtchen ist bereit. Aber wir fallen schon. Mal gucken, wie gut wir uns anstellen. Oder auch nicht. Ich habe gerade Epic deinstalliert und jetzt geht es. Okay. Das ist so. Ähm. Gut. Das ist einfach Epic. Ja. Also, ich sag mal so, bei mir auf der Xbox läuft's. Also, da kann ich jetzt nicht klagen. Aber wie war denn die Steuerung nochmal? Ja. Ja. Ähm, der Toten Maus, da kann ich dir helfen. X ist, ähm, nach vorne jumpen. Okay. Ich glaube, rechter Trigger schießen ist, glaube ich, festhalten. Da muss ich aber nochmal testen, weil ich mach das nie. Weil, man macht das auch nicht. Ja, okay. Und das war's, glaube ich. Und A ist springen. Okay. Oh, du Knuddelmuff. So. Let's go. Juhu. Du-de-de-de. Oh, da hat jemand ein Krönchen auf. Ich will auch ein Krönchen. Mal gucken, ob wir das noch spielen. Oh, wie cool. Ich bin direkt hinter dir. Ich klebe dir. Ah, nein. Tut mir leid. Eine unverantwortliche Überholung. Ah, okay. Ich komme so langsam wieder rein. Ich bin ganz schön. So. Ja, tut mir leid, Markus. Ich habe mich bei dir am Arsch festgehalten. Und dann warst du auf einmal weg. Sollst du doch nicht machen. Der zieht immer so. Wer ist dieser Markus? Ja, der Klotzkopf. Der Klotzkopf, genau. Oh, verdammt. Das wird jetzt ewig nachhängen. Gehst du? Nein. Du hast schon sehr viel dümmer. Der Spitzdarm. So, wen haben wir denn hier? Chucky melden. Ich bin es längst im Ziel. Der kommt, Markus, das schaffst du. Nein. Ah, schön, schön, schön. Lass mich. Ich sehe das hier und komme nicht rein. Wir sind weiter. Doch, Mann, doch. Wir sind schon weiter? Okay. Oh, das ist so sad. Oh, kein Schlimmeres. Oh, Gott sei Dank. Was ist das? Ein Hotdog? Ein fliegender Hotdog? Oh, mein Gott. Ich gucke gerade einen fliegenden Hotdog zu. Ich gucke ein Peace-Zeichen zu. Ja, ich auch. Das Peace-Zeichen. Ah, der Hotdog ist interessanter. Ah, man kann rumschalten. Ja, ich sehe auch den Hotdog. So, Position 6 sind wir. Der Hotdog hat es noch geschafft. Ich bin auf das... Peace, give no chance. So. Ich bin auf das Törtchen gespannt. Ja, Mann. Oh, ja. Kommt beim Zuschauen schon ein Zuckerschock. Ha. Oh, bitte. Ich habe fast gelacht. Oh, schön, schön, schön. So, aber Stream läuft. Technik funktioniert. Das ist doch tutti. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Durchschnitt runtergerissen, weil es ein wenig später kam, oder? Alles gut. Ich würde mal pauschal behaupten, bei unseren Profi-Skill ist das egal. Wir rocken eh bis zum Schluss, oder? Ja, stimmt. Also, am Ende zählt es eh nicht. Wir sind doch eh zu gut für alle, wissen wir doch. Du, im Endeffekt, wir wären Erster, entweder von vorne oder von hinten, kannst du ja aussuchen. Oder der Erste in der Mitte, man weiß es nicht. Wir haben Hello Kitty vor uns, vor mir. Es gibt auch Spongebob, habe ich gesehen. Ja. Ja, den konnte man freischalten in den letzten Season ganz am Ende. Nein. Oh, ich weiß gar nicht. Wie viel habt ihr eigentlich schon Vollgeist gespielt, so generell? Kann ich dir sagen. Sehr viel. Alle. Alle, okay. Noch gar nicht so viel. Ich habe 66,6 Stunden gespielt. Oha. 6 Stunden. 66 Stunden. Achso. Das ist auch nicht so viel. Ja. Ich komme vielleicht auf 10, 15, wenn es hochkommt. Außerdem, Hannes, ich bin Team Deutsche Sicherheit. Stimmt, du hast ja Florian vertreten. Ja. Na stopp, das ist Punkt für dich. Punkt für dich. Ja. Und wir haben King ohne Krone Flüsch besiegt. Oho. Ja. So, mal gucken. Kannst du mir leider nicht angucken. So. Ich bin im Ziel. Wie schaut es bei euch aus? Äh. Nein. Auf der Weg. Dauert noch. Ein ganzes Stückchen. Ich frage gleich mal nach dem Weg. Äh. Fuck. Ich will ja nichts sagen, aber Robert und, äh, Holzkopf, ihr seid bei Töten. Mach Zeit nicht ab. Äh. Ja, nee. Jetzt nicht mehr. Ich frage die Konzentration. Ich frage die Konzentration. Ja. Wie weit. Räum. Trupp Position 8. Ja, wir sind jetzt raus. Äh. Wird Zeit für eine Sahne. Nein. Für ein Törtchen. Nein. Wird Zeit für die Zuckerbrot. Ja, heiß übrigens. Ist auch schön. Was? So, okay. Wir fliegen jetzt eh raus, also können wir gleich beenden. Ja, wir müssen erst noch das Ding abwarten. Bis zum Leitwirt schon. So, und beenden. Dann gehen wir raus. Dann lade ich unser kleines Zuckerbrot ein. Hey, Süßler. Das ist das geile Stück DNA. So. Du, 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 du. Aber die Musik vom Spiel geht ja irgendwann schon auf den Keks, wa? Ach, woran. Wird überbewertet. So, jetzt mal gucken. Wo ist man? Also ich bin hier noch im Spiel. Du drückst V. ich habe epic nämlich nicht mehr installiert so markus dann einmal beenden und rauskommen dachte du willst das team aus wir haben vertreten süß hässlich monster und matrose und fischig mütze du verdeckst dass du nach fisch riechst okay gut der captain riecht nach fisch so aber sind wir dann bereit aber hey ich muss den durchschnitt nimmt an hässlichkeit oben ja aber ich habe extra geld dafür ausgegeben für das ist gears of war pack und ich bereue es nicht ich habe mittlerweile zwei ich habe meine agenten ist das ganze spiel nee aber das ist ja das ist wirklich ihr tasche cashys castle 1 1 mit den toren ja 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 aber ich überlege mal kurz ich ich hatte dir damals vorgeschlagen ist einfach mal zu probieren und habe sie beworben als der cashys castle war irgendwie so ja dann hat es irgendwo bei games oder so schon warum wuseln sehen aber es halt so knuddeliges spiel das hat man nicht auf das hat mich hier um so bleibt ihr knuddelmuff war und doof 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 das geht du bist okay er schmeißt mich einfach mal aus dem spiel was wie komplett aus dem spiel oder es läuft im hinter ist ein pc gerade holzkopf modus unterwegs und sind trotzdem raus gespielt ok folge ist abschmiert läuft also profis bei der arbeit heute so was die haben sie alle zu gut hingekriegt drücken das einfach mal so aus wir sind die also mir wird angezeigt dass du noch spielst ja mir auch aber ich seht halt nicht und weg bist du komm gleich wieder muss anscheinend bei starten bis gleich bis gleich bis gleich also startest du den rechner neu oder nur das folge ist jetzt offensichtlich rechner ja in gott ist aber noch online aber gut dann ja das ist normal wenn der wenn der pc runter fährt dann bleibt er gleich und online ach so ok gut dann würde ich sagen machen wir einfach noch eine runde ja und dann gucken ich muss nur meine hose wieder was ach so ok ja stimmt auch meine woher so weg 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 sagt ja ich sage ja mal keine hohe kein problem ja wir haben gar keine beine da sind dann hosen egal die hier das ist das schöner im stream so aber max sagt bescheid wenn du bereit bist dann klick auf bereit ich bin bereit ich bin in form ich auch breit ihn auf every day und every night ich bin bereit so was hast du denn da für ein hütchen der sieht er krass aus so ah da ist jemand im warteraum ich nenne ihn liebesfreude florian ah du hast einen florian kopf hallig in marcus jetzt ist er schüchtern hat gar nicht mitgekriegt dass er schon wieder da ist ah genau kann sein dass er stimmt er hatte da immer ein problem mit discord und sein mikrofon dass das prinzipiell einmal neu starten muss damit er was sagen kann und so damit es funktioniert und ich habe spontan hinter mir so bis wieder da ja und jetzt sogar mit mikrofon hallo toll und ich bin direkt inkompetent so wir sind wieder back on track ok wir gucken mal grad wie es hier läuft aber ich würde mal sagen bei unserer überragenden skills sind wir gleich wieder raus und wenn ich bin ich habe gesagt die ab und was noch mal in bei einem nur besser als die anderen sein in gt skala nach oben oder nach unten tschüss ich glaube das war robert ja ich auch ja einfach so weg war er oh oh flumpflumpflump so also Markus hast du nebenbei übers Handy oder so den Stream offen so ne oh hab Plottenpunkte geholt ja noch ein ja das war echt auf jeden Fall ausgeschrieben vielleicht sollten wir mal Soloshows probieren nein wir sind als Team unterwegs wir scheitern als Team ja wir sind in Team schön wie alt sind wir fast zwölf ja kann ich so dann wollen wir mal unseren Holzkopf wieder engen ja holzkopf holte ich ab ja so what the fuck wie geil ist das denn ja läuft das hätte ich mal fremd gesteuert ist das geil okay okay dafür hätte ich auch Geld ausgegeben ist ja fresh also ich sag mal so bei einem free to play Spiel kann man schon mal ein bisschen Geld ausgeben wenn man Spaß daran hat ne wenn es ein geiles Spiel ist ja bei mir steht keine Chance ausgebild äh warte wir machen trupp 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 so ich bin bereit so ok ähm was bitte überprüfen seid ihr noch da ja gut ich nicht mehr ich nicht mehr alles ist rausgeflossen und wir auch wahrscheinlich ich geh mal raus ich geh mal raus ah ja upsipupsi technik funktioniert alles gefixt alles gefixt alles gefixt gar kein Problem so kann ich einladen so moment 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 ich ach siehste warum hab ich eigentlich ein skin ich hab hier gerade mit einem völlig neuen Account so warte mal ähm einladung annehmen da ist er wieder jup äh robert du hast die Macht ich hab die Macht ja seid ihr bereit äh jup so technik ich sag das alles mit äh Contora spielt ja soll das spiel auch anzeigen ok ok aber ich bin von uns der einzige der auf xbox spielt wa mh ja ok buh was hey es ist ein innerlicher Reflex äh äh nein 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 ich bin jetzt nicht so gemein haha äh der dumm PC spieler haha nein nein ich bin das ja ja nicht du bist ja Multikonsolero du bist ja PC Hightech Konsolen Handheld alles spieler ja das sowieso aber besonders lustig wird's wenn man bedenkt was für ein PC Max hat ha bitte nicht was geht denn hier ab oh fuck äh ich bin nämlich auch Multi ich habe 4s5 und mit PC gleichzeitig krass ja ich bin auch Mutti ich habe noch eine Xbox und eine Switch äh du bist du bist du bist nicht so Multi wie Max definitiv nicht ich habe ein PS5 Mainboard in meinem PC ja äh mit einer kaputten GPU Einheit und der aktivierten GPU Einheit was zum Henker ist denn hier los habt ihr auch die Orientierung verloren? ja was passiert hier? ich habe gerade gesehen was Rupi ist äh ähm in dem Discord regetreten oh cool 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 ja ich habe die äh Hilfe boah was ist denn das hier für ein komisches Level so durch so durch so durch so durch so durch das sind die ganz normalen äh also ich kann jetzt ein Season ich kann jetzt noch nicht das Level ich kann es auch noch nicht und oh mein Gott wuhh wuhh oh Bert oh Bert oh Bert ich glaube die Wortmeldrichtlinie zu ja No Pressure das loch verfehlt das hinter der sagt ich habe mich ja komplett von ich habe mich komplett verlaufen ok wie nennen wir unseren team eigentlich ich werde eigentlich bei kindergruppe hässlich gewesen einfach nur so aber du das bashen geht nur gegen unsere outfits obwohl die stimmt da können wir gar nicht in der gruppe hässlich sein tut mir leid dass mit den das agenten outfit mit den kleinen florian der ihn steuert dass das ist cool das geht nicht anders ach du scheiße okay jetzt verstehe ich das ist wasser wir sind heute sehr professionell unterwegs hat irgendjemand leicht geballert wie schlecht wollen sie sein ich fühle mich wie ein flipperball überraschung wo bist du jetzt gehe ich mal hier rechts hoch boah man stößt mir in den kopf oh gott hier muss man nachdenken ich bin verloren so ist schon von uns jemand drin ich komme nicht durch nein ich muss raus so ich gucke euch mal zu ich komme nicht raus so ah ok Markus, Robert ihr seid beim Flipper wo bist du was machst du denn da Max ich bin so ein Ziel konzentriert ich bin dumm das war lustig ich habe das mit den Flipper nie verstanden hier in dem Spiel man kann das in einem Ding machen ja natürlich kann man das in einem Ding machen oh nein jetzt ist ausgeschieden mal wieder man muss sich bei den Flipper nur ganz an den Rand stellen dann wirst du hochgeboostet ja ok ich habe nur zwei Flips gemacht ok also halten wir mal fest unsere Bestleistung bisher war die zweite Runde ja wir sind jetzt hier noch am Einspiel ja eine Krone ist drinnen auf jeden Fall ok gucken wir mal Eifer so jetzt müssen wir wieder automatisch lass mich raus ich bin dein Star Hannes für dich als Insider 3 zu 1 3 zu 1 hä? 3 Kronen gegen eine Krone also Team Deutsche Sicherheit stimmt sehen wir noch eine dritte Runde ich weiß es nicht aber damit ein Hallo an Bass Groupi na ich hoffe dir gehts gut grüß dich Bass Groupi so äh Holzkopf gehts los? ja achso ja gut ja gut ja und Jürgenos grüß dich Jürgenos grüß dich Jürgenos warte mal du hast doch noch einen Teamnamen gefragt wie wärs mit das schlechteste Team ever wow hab ich zu lang nie 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 das geht so aber nicht wie was kann man denn da machen irgendwas was nicht so hart dis ist aber selbst ironisch hm Mamas Beste Mamas Beste Beckas Beste aber ja genau Jürgenos warum spielst du nur erste Runden aktuell siehts dann raus hm 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 ah aber immerhin dann sind wir erster und nicht schon wieder das Ding oh Gott Also das ist wieder dieses völlige Orientierungslose. Einer von mir hat ein Apfelkostüm und nen Fuchs oder sowas. Boah, ganz komisch. What does the fox say? Jetzt mal ein bisschen konzentratiert halt hier. Was? Konzentratiert halt? Ah, Hilfe. Oh ne, da möchte ich dich lang. Ich hab nen Schiefmutter gekriegt. Echt? Ja. Wo? Wo? Dieses Level. Hannes, ich... Oh, ich bin nicht da. Irgendwo läuft doch vorne Mr. Krabs. Wo? Oh. Ich hab mir mal einen Krabbenburger. Das ist doch nice, das Level. Äh, ich hab's noch nicht geblickt, wie das funktioniert hier. Also es ist schon toll. Wenn man's versteht, bestimmt. Das ist denn so, wie wenn du, weiß ich, einen Vierjährigen auf Speed setzt, Alter. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Wie? Wie? Besonderes Level von Satisfying, oder wie? Oh, 32, 32 Punkte. Ich bin im Ziel. 30. What the fuck is happening? Also wir halten mal kurz fest, Jürgenos mag das Level auch, auch wenn er am Anfang immer versagt. Okay. Gut, also fühl ich mich nicht ganz so schlecht. Hallo, wir sind immerhin noch dritter. Stimmt. Und wir haben genau 100 Punkte, ja. Das soll uns erst einmal, einer mal nachmachen. Beste 20. Läuft. Okay. Wir haben doch Potenzial. Das war auch nur die erste Runde. Betonung vom Po. Genau. Genau. Ganz, ganz wichtig. GG. Danke. Wir betonen das Po im Potenzial. Nein. Okay, das kann ich. Das ist easy für mich. Ich krieg hier... Ich hab's nur bis zum Ende geschafft. Echt? Berühmte letzte Worte. Wow. Diese, diese, dieses, äh, demoralisieren. Also ich, ich zieh meinen imaginären Hut vor jeden, der dieses Level kann, und ich krieg's... Jedes Mal komm ich aus dem Staunen nicht raus, wenn Plüsch in diesen Dingen Perfect One nacheinander hinlegt. Und der halt immer perfekt durchkommt. Also ich weiß nicht, der... Oh nein. Ihr auch? Ja. Oh nö, mein Lieblingslöffel. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Ist aber komplett abgeschmiert. Was denn los? Ja, gut, dass ich nicht... Die Verbindung zum Server wurde getrennt, weil deine Internetverbindung instimmul war. Ja, bitte überprüfe deine Internetverbindung. Ja, das waren aber grad alle. Ja, aber das kann... Alle mal überprüfen. Überprüft, ist okay. Ah, okay. Jürgenos schreibt schon, wir, 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 wir waren zu gut in der Runde, deshalb Fehler im System abgebrochen. Okay, gut, wir waren einfach zu gut. Immer, wenn wir die zweite Runde erreichen, tschüss. Da hat die Antio-Schnittsoftware reagiert. Wir sind zu geil für das Spiel. Boah, das, also das wäre demotivierend heute. Wir sind ja... Wir sind ja auch die hier voll geil. Okay, das war gut. Ah, Hilfe. What? So, ja, wir wollen ja das funktionierende System nicht zerstören. Oh Gott. Warum glaub ich, dass ich gleich einen Hammer ins Gesicht bekomme? Wie viele sind da rausgeflogen, bitte? Ein paar. Alle. Äh, Jürgenos? Nee, Achievements zum Glück nicht. Also ich nehme mit, was ich kriegen kann, aber ich lege es nicht drauf an. Wupp. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Nicht bei Multiplayer-Spielen, Robert. Hier in der Mitte. Bei diesen Kreisen gibt es einen Trick, du kannst einfach mit den Dinger mitlaufen. Mhmm. Mhmm. Come on. Lass mich durch. Nee. Oh Gott, der geht so runter. Mhmm. Sieht so raus auf Rädern. Ah, okay. Das ist definitiv keine Meisterleiste. Ah, nee. Ihr seid bei mir. Okay, wir sind alle dumm. Kann es sein, dass du dumm bist? Vielleicht. Ah, ich bin mir da ziemlich lustig. Okay, ja. Gut. So, durch. So. Und Max schafft es. Yeah. So, wie schaut's aus? Markus, du kannst das. Tja, ich glaube an dich. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Perfekt. So, damit sind wir alle durch. Hm? So. Sind wir noch unter dem Bessenzang nicht? Oh, Jinks ist es nicht. Oh, Jinks ist es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre gemein. Was? Aber das wäre echt wirklich, ich überleg grad, äh, wenn man das Achievement machen möchte und dann immer wieder Absturz, wäre halt echt hart. Hartfeese. Oh, das ist ein schönes Level. Das ist, das ist eins, was du schaffst, ne? Das habe ich sogar schon als Erster geschafft. Wow. Das war ein Dis. Das tut mir leid. Alles gut. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Ganz einfach. Ja. Ich bin Moderator, ich bann ihn einfach weg. Nein, mach ich natürlich nicht. Natürlich, genau die einzigste Tür, die da ist, die treffe ich, ne? Ja. Donk, donk, donk. Yeah. Robert, das war gut. Yeah. Vor allem nicht mehr Florian. Vor allem nicht mehr Florian. Nein. Vor allem nicht mehr Florian. Vor allem nicht mehr Florian. Ach, warum bin ich dem kleinen hässlichen Typen hier folgt. Ah, wir machen jetzt keine Witze darüber, dass wir verwandt sind, wa? Oh nein. Oh nein. Nicht mal. Oh. Wow. Wow. Fuck. Okay. Ich hatte noch nie so schlechte Runden und das liegt nicht an euch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie man uns jetzt streiten, am Binder fliegt. Oh, äh, das, das System ist gegen uns heute. Aber es macht Spaß. Ja. So. Äh, ihr schaut noch zu. Äh, ne? Ne? Und dann? Hey, zweite Runde erreicht. Wow, danke, Juri. Danke. Und abgeschlossen. Ja, nicht ganz. Wir können auch mal, warte mal, die Craterrunden, warte mal, gibt es nicht auch die Craterrunden noch als Truppshow? Äh, keine Ahnung. Ich wäre auf jeden Fall, oh doch, ohne Verbindungsbrauch. Na gut, wir machen weiter Trupps, ne? Ja, würde ich sagen. So, äh, bereit. Ups. Holzkopf? Holzkopf? Oh nein, das, äh, das soll nicht so böse klingen, wie es manchmal vielleicht doch rüberkommt. Ja, darf ich ihn auf dem Discord selber umbenennen, in Holzkopf? Nein. Oh, 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 oh. Creatorrunden sind halt nicht im Trupp, okay. Ah, ja, äh. Na gut, wir können es ja auch als, äh, Solo-Typis machen, oder? Dann machen wir die Creatorrunden halt im Solo. So. Können wir ja trotzdem im Team bleiben, oder? Ja. Uns gegenseitig anfallen. Das können wir theoretisch auch machen. Oh, oh, oh. Oder halt doch Bein stellen halt. Oder so, genau. Je nachdem. Ablenken. Ein helfendes Beinreichen. Ein helfendes Beinreichen. Wie gut, dass es hier keine Gatling gibt in dem Spiel. Wäre ja cool, wenn du jetzt einen rausholst. Das ist definitiv vom Spiel so gewollt. Ich bin ein Dritter. Ich bin ein Dritter. Wupp. Rette das ins Ziel. Bitte, 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 bitte. Ja. Ne. Ich bin ganz weit vorne auf jeden Fall. Ich bin mitten im Gangbang drin. 28. Punkte. Reicht. Ja. Und am besten 20. Dann haben wir es geschafft. Okay. Yay. Ja, qualifiziert. Yeah. Wir haben es runter geschafft. Yeah. Was? Ne, wie war das? Fünf Punkte ist bestanden und bestanden ist gut. Also zwei. Ja. Und zwei ist fast eins. Und zwei ist fast eins. Also eigentlich beste Note. Ja. Wieso habe ich mir das damals im Abitur gut geredet? Ähm. Gibt es in dem Spiel eigentlich irgendwie sowas wie Skill-Based Matchmaking oder sowas? Ja. Ist Max einfach zu gut? Ja. Was? Was? Skill-Based Matchmaking hier drin? Habe ich gegoogelt. Gibt es nicht. Okay. Doch, doch, doch. Doch? Du hast auf jeden Fall Einführungsrunden hier. Ähm. Also wenn du einen neuen Account hast, die ersten paar Runden, dann regelt er sich so ein bisschen ein in so eine Noob-Lobbys. Okay. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es dann später auch so ist. Aber. Am Anfang kriegst du ja erstmal so ein bisschen so mit Stützrädern. Ah, Weltenschutz. Genau. Das ist auch gut so. Ja, aber kann sein, dass Max hier, der Vollprofi, äh, mich überrollt. Ich weiß nicht, ob er es kaputt gemacht hat. Er ist zu gut für uns. He breaks the game. Das sieht aber nicht gerade nur noch aus, also so anders. Ah. Oh. Ey, bist du Scraps? Ne. Quatsch. Aua. Mama. Aua. Aua. Ja, bitte. Ah, Hilfe, Hilfe. Was ist denn das hier? So. Und zum Schluss müssen wir uns dann noch betteln in deine Muttersprüche, wa? Uh. Uh. Stimmt, den hatten wir heute noch gar nicht. Hey, wir haben die zweite Runde bestanden. Uh. 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 Dieses Robert, das Robert Bershing, das ist, oh, hier müssen wir im Team zusammen machen. Alles gut. Macht ruhig. Hier müssen wir im Schneeball, ähm, durch den Schnee schieben und der wächst und wächst. Okay. Und als Team, ne? Und die Trick gibt es, man sieht da links die Dinger, die sollte man so gegen Mitte benutzen, wenn man da ist, weil dann schießt der Schneeball einmal durch die, durch die Arena und dann sammelt der automatisch Dinger auf. Ah, okay, du leitest uns. Lurts uns. Ich hab's nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Äh, die Schneefelder geben dem Schneeball größer. Aber wir sind nicht alleine. Yeah. Roll, roll, roll. Roll, 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 roll. Roll, 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 roll. Roll, 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 roll. Jackin' down the street. Möli, 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 möli. Hängt der auch mal was auf? Ja, ja, macht der. Oben steht die Prozentzahl. Okay. Flump, flump, flump. Wir rennen jetzt einfach dem Ball hinterher. Einfach schieben und jetzt gegen die Dinger. Ja. Und so wie Geld das macht. Uff. Und sonst wegprescht. Und jetzt hinterher. Yeah. Und jetzt geht's nämlich schneller. Willst du nach links? Okay. Ja, ja, ich versuch ihn schon. So nicht. Äh, wir liegen aber echt hart in Führung. Grad. Noch. Noch. Ja, das ist auch okay, wenn wir da hingehen. Lass dir als alter Bär keiner sagen. Es ist nie genug Schnee da. Jawoll, das ist okay. Komm, gleich ist die 69. 69, gut hier erreicht. Nice. Jetzt wird er nämlich größer. Wenn du den Schick anguckst, dann wird er größer. Los! Wird auch schwerer zu kontrollieren. Too big to handle. Äh, was? Ich bin ich. Schieb, 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 schieb. Schiebung. Nein. Das ist Schiebung. Nein, der haut ab. Oh, diesen. Oh, 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 oh. Das schaffen wir nicht mehr. Außer wir kriegen jetzt vielleicht... Oh, komm, komm, komm. Qualifizieren. Qualifizieren. Was ist das? Okay. Haben wir noch? Haben wir noch. Verdient. Äh. Verdient. Ja, verdient. Ganz klar. War es überhaupt nicht knapp oder so, also... Aber das Matchmaking gibt's anscheinend nur bei Solo-Schoß. Also Jürgenos, wenn das so ist, dann... Haben wir Glück gehabt. Vielleicht. Oder einfach nur Pech mit unseren Lobbys grad. Man weiß es nicht. Ah... Immer schön positiv sehen. Es läuft doch. Es läuft. Wo läuft's denn hin? Nach Hause. Flüssig das Bein hinab, aber es läuft. Beide die Wände und bleib auf der Plattform. Okay. Welche Wände? Wir werden so schnell erwachsen, Stella. Was? Ja. Stolster kann man ja gar nicht sein, Sternjob. Doch, wenn wir das Ganze gewinnen. Ja, das werden wir auch. Dö, 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 dö. Dö, dö. Ach so, das Ding. Jaja. Äh, ey! Holzkopf! nicht denken das gehe ich Mama petzeln das gehe ich meiner Mama so hacken oh nein das war ernsthaft mal kosten nein ah falsche Richtung oh Gott ah komm das mit Mama petzeln ist mal gut was ach scheiße apropos ab 23 Uhr kannst du sie per Whatsapp anschreiben und dann gegebenenfalls telefonieren wirst du Schatz danke ja wollte ich dir sowieso sagen unabhängig von allen Mama aber ich werde nach dem Stream dann gleich erst bei ihr das per Whatsapp schreiben der hat mich geärgert der hat mich geärgert Markus hat geschubst aber da wird auch wirklich ein Clip dazu oh nein nein oh nein nein ruhig damit den Köpfen woop um da ich bin das und das okay geschafft aber nicht geschafft was ausgeschieden ja aber warum aber das irgendwie bei zwei rausgeflogen sind so so die Technik die Technik ganz genau äh wie viele Runden waren das jetzt eigentlich ich finde ich aber dann auch nur cooler drei drei bestanden in der vierten Woche was er mit gut also ich würde mal sagen dieser Mann war sehr intelligent aber schön der war okay der war okay aber hey wir haben sind in die vierte Runde gekommen also ist schon mal können wir schon mal stolz drauf sein baut sich langsam auf wir müssen Spannungsbogen so jetzt eine Soloshow oder wollen wir es nochmal im Trupp probieren im Trupp ja ich würde sagen Trupp aber wir müssen auf jeden Fall heute nochmal die neuen Dinger da machen machen oh das ist bestimmt geil ja wir haben in der vierten Runde verloren okay Zitat von Langhaar mehr war eben nicht drin und woran hat es gelegen ja woran hat es gelegen das fragt man sich immer woran hätte gelegen aber aber Jürgen aus vier Runden ohne Technik wir würden sofort was dazu einfallen aber wir sind so klug K L U K K L U K K L U K K L U K K L U K Was hast du gerade gesagt? Den Club hatten wir heute noch nicht, oder? Nee. Nee, hatten wir noch nicht. Nee. Muss ich kurz drücken. Hey, ich wollte dich kurz drücken. Okay. Geh weg. Bin dafür runtergefallen, hochgeschossen und hab mir in den Kopf gestoßen. Dafür, dass ich dich drücken wollte. Oh, Miss Mimimi. Oh Gott, bin ich höher. Was? Wann hat das denn jetzt... Au, 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 au. Ja. Bist du da gerade echt drin stecken geblieben? Nur weil ich fett bin. Du kennst meine Definition von fett. Umfallen und nicht an Höhe verliehen. Richtig. Erst dann. Umfallen und nicht mehr hochkommen, ja. So. So. Einer von euch ist schon drin und ich auch. Wir sind auch schon drin. Alle. Liegt da einer aufm Rücken? Äh. Ach ne, der gehört zum Map. Der weiße Wal. Der weiße Wal. Warte mal, der macht ein Emote. Der liegt aufm Rücken vorm Ziel. Apropos, ich hab keine Ahnung, wie die Emotes gehen. In dem Spiel. Mit Alt F4, Hannes. Was, mit Alt F4? Warte. Moment. Ist das am Controller? Oder? Ich erinnere mich an Arch-Age-Zeiten, wenn sie irgendwas wollten. Und dann hast du im Chat geschrieben, ja probier doch mal Alt F4. Und sie haben es dann wirklich getan. Du, äh. Das war auch ein Running Gag in Guild Wars. Und da sind immer Leute drauf reingefallen. Ja. Ich bin übrigens sehr großer Fans von dir. 4, im Übrigen. Die 4. Nicht Alt F4, nicht Alt F4, sondern nur die 4. Mit F4 mach ich Emotes. Das ist aber auf Tastatur. Nee, jetzt spielst du mit Tastatur. Ja, nacken. Ja, nacken. Wer mit Tastatur spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Richtig. So schaut's aus. Ich akzeptiere Tastatur bei manchen Strategiespielen und bei Point-and-Click-Spielen. Obwohl selbst Point-and-Click geht mit Controller ohne Probleme. Und Strategiespiele auch, wenn die Entwickler es wollen. Aber gut. Wir sollten vielleicht doch Solo gehen. An Solo. Achso, Jürgenos hat keinen Controller, okay. Ab mit seinem Kopf. Nee. Okay. Das wird vielleicht eine eher durchwachsene Runde. Ja, würde ich auch sagen. Hm, seh ich nicht. Seh ich nicht. Achso, was hält sich jetzt neben mir? Da muss ich runterspringen. Was? Nein. Ich bin durch. Echt? Ich bin auch völlig durch, ey. Was zu hindern ist. Ah. Noch sind wir drin. Hm, hm, hm. Uah, ne. Uah. Uuh. Tutututu. Uuh. So, mal gucken. Wie sieht das denn jetzt aus? Noch sind wir drin. Uah. 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 Was war das? Das war fies. Runter mit seinem Kopf. So. Uah. 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 Uah, okay. Das Spiel mag mich grad nicht. Uah. 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 Das Spiel disst mich. Uah. So, sind wir noch drin? lieblingszitat und damit seinen kopf das rollfeld ist einfach also auch immer einfach runterfallen ganz am besten die schlecht sein kann ich gut und so ein schnelles Da war grad echt schnell, wa? Ich hol Juggie zu. Nein, nein, nein. Plumps. Der Unterschied ist schnell. Ich hab gesagt, schlecht sein bin ich gut. Ach so. Ja, das hab ich voll verstanden. Oh, Estella schreibt grad, übrigens möchte er nicht flexen an Robert, aber ich bin super durch die Fragen von Hannes gekommen. Er hat wahrscheinlich nur die einfachen Fragen gestellt und hat die Harten für mich übrig gelassen. Immer. So. Bin ich da eins, genau? Ja. Also, du machst das gut? Also, hey. Ganz einfach. Ey. Ey, was? Oh. Das hab ich gesehen. Melden. Der hat ja überhaupt gar keine Fragen gestellt. Also, so ein Schlawiner. Den muss ich gleich durchs Mikro ziehen. Was ist da? Ach so, wir sind ja grad rausgeflogen. Ja. Da hätte ich auch nicht mehr viel machen können, also... Du, aber du hast... Max, du hast uns würdig vertreten. Du hast den Skill-Level wenigstens halbwegs versucht hochzuhalten. Du hast versucht, uns zu retten. Wir sind dem nicht würdig. Jetzt, ich bin rausgegangen, bin aber immer noch im Sturz bei drin. Hä? Was? Schau zu, schau zu. Bereit, bereit. Are you bereit? Enough? Ja. Stellar stand gerade noch so, bin halt gut in Ablenkung. Bei mir in der Admin-Gruppe hat gerade einer geschrieben, in Caps, kannst du jetzt schon um einen Monat verlängern und dann schreibt dein Caps, sorry für Caps. Was? So, äh, verlieren wir gerade Robert? Ja, ja, wartet mal kurz. Ich muss das Spiel neu starten. Technik! Ich bin rausgegangen, aber irgendwie auch nicht. Das ist witzig. Ja, ich seh's gerade. Du hast ein schönes Standbild. Boah, ist cool, wie alle vier gleichzeitig so vor sich hin weiben, oder? Ja. Seht ihr, dass ich mich drehe? Nee. Nee? Okay. Nein, 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 das ist wunderbar. Aber ich seh's im Stream. Aber ich seh gerade, mein OBS ruckelt ein bisschen fröhlich vor sich hin, aber ist ja nicht schön. Ja, im Stream ist doch alles gut. Übrigens, Hannes. Wer jetzt noch nicht gefollowed hat, sollte das tun. Wir sind kurz vor elf für die Held. Dankeschön. Danke für die Erinnerung. Wie viel fehlen dir noch? Sechs. Uh. Ich kann nicht hier einfollowen und wiederfollowen, aber das klingt, glaube ich, nicht. Nein. Bei mir ist gerade das Spiel ganz abgeschmiert. Okay. Warth player. Nice. Also quasi äquivalent zu euren Crash-to-Desktop. Äh. Äh. Ja, ich habe keinen Crash-to-Desktop gemacht. Ich bin der direkt drüber. Oh, mein Schieß auch aufgeschmiert. Interessant. Okay, jetzt wird's immer besser. Was ist denn das heute? Was ist denn hier los? Ich bin der Einzige noch in der Truppe. Okay. Übrigens. Wahrscheinlich hat sich mein Spiel nicht geupdatet. Stella schreibt gerade noch so. Du musst halt ehrlich dazu sagen, in einem Spiel wie It Takes Two ist das schwer, da zwischendurch noch Fragen zu stellen. Das ist fair. Nö, hätte sich ja Zeit nehmen können. Ja, das Ding ist aber, ich meine, das würde halt total die Immersion des Spiels halt kaputt machen. Das ist einer der besten Spiele, die es gibt auf dem Markt für zwei Spieler. Ja, okay. Das sollte man durchaus genießen. So, ähm. Ich lade euch gerade alle ein. Und wo ist... Einer fehlt noch, Max? Ja, 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 ja. Ich komme. What? Es reicht, wenn du erscheinest. Wo kommst du hin? Okay. So, jetzt muss ich noch... Lohnen stark. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der Anführer? Ich, wa? Ich kann die... Du musst erst Schoßanzeigen machen. Ja, aber... Ach so, da. Okay. Wir machen Trupps weiter, wa? Oder wollen wir... Ja? Ja. Ja, also mir ist das egal. Ich, äh... Ich würde auch... Also mir ist das auch egal. Ja. Ich würde auch Solos spielen. Und gegen euch gucken, wer besser ist. Ich meine, das wissen wir jetzt schon, wer besser ist, aber... So, Stella schreibt gerade noch so. Dann hören wir nächstes Mal fünf Minuten vorher auf und machen eine Fragerunde, damit Robert zufrieden ist. Stella, wir können auch einfach hier am Anfang bei einer Runde Schlittschuh die Fragen machen. Seid ihr jetzt eigentlich durch Intex zu schon durch? Nee. Das Minispiel ist übelst geil gemacht. Da kommt ein Minispiel? Okay. Schlittschuh? Wir sind gerade in der, ähm, hier Eiswelt angekommen und haben dann, äh, quasi aufgehört, wo man in so einem großen See halt gemütlich Schlittschuh fahren konnte. Ja, da kommt ein Minispiel, schau, die sind für den Zweiler. Hä? Du... Du... Du hättest mich nicht gewundert, dass, äh, natürlich kommt da noch ein Minispiel. Das war eigentlich obvious. Hui. Hm. Nein, das Level kann man bestimmt in einer rasenden Geschwindigkeit Speedrun. Kann man sowas tun? Ja, kann man auch eigentlich. Wenn man das kann. Ah, also ich kann es nicht, aber es geht bestimmt. Ah, Hilfe. Ah, okay, das war gerade blöd, was ich gemacht habe. Das ist ein Part von Super Mario gerade, oder? Dafür fehlt ein bisschen der Panzer. So, äh, 35 Punkte gerade gemacht. Ja. Bei dem Level kann man auch Shortcutten. Echt? Hm. Habe ich versucht, aber nicht geschafft. Also, ich nenne das Bahn verlassen, nicht Shortcutten. Ich nenne über zwei Bahnen springen schon Shortcut. Okay. Ja gut, aber das, was Hannes gemacht hat, war, glaube ich, äh... Nee, nee, nee. Ich bin aus der Bahn geflogen. Ja, du bist ja weitergesprungen. Ach, ich sehe... Ich habe da gerade einen, äh, ähm, Dalek gesehen aus Doctor Who. Spielt hier mit gerade. Und ja, Stella, das mit den Schlittschuhlaufen, das macht echt hart Spaß. Und Doctor wer? Doctor Who. Oh Gott. Äh, äh, die Fall drauf. Ja, wenn du mit mir spielst, musst du dich auf sowas einstellen. Wir sind Team schlechten Witze. Okay, gut. Da können wir gerne weitermachen mit schlechten Witzen. Ja, mehr. Weißt du, wo das herkommt, gibt's noch eine ganze Menge mehr. Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Ja. Die sind zu schlecht. Na und? Ein GD-Funktionär. Ein Brot. Au, au, au. Der tat wie ein bisschen weh. Das stimmt schon. Bin ich letzter? Kann das sein? Nein, der erste von denen. Ja, nee, ich bin nicht mehr letzter. Gut. Nee, jetzt bin ich letzter. Na, ich hol auf, ich hol auf, ich hol auf. Ich bin auch nicht der letzter. Woop, woop. Voll letzter. Autsch, 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 autsch. So, durch. Ein Brot, ich Punkte. Wird Robert eigentlich noch festhalten. Oh. Auch der Letzte bekommt einen Punkt und wir haben uns qualifiziert. Yeah. So, ganz oben. Ein Dalek. Tatsache. Ja. Und ein Gänseblümchen. Eliminieren. Exterminate und Nashörner. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, ja, das stimmt. Das ist immer irgendwie random. Ihr wisst, immer am Rand stehen. Nee, nee. Ja, genau. Immer ganz nah ans Nashorn ran. Ziel ist es, das Nashorn zu umarmen. Wir haben wir in die Mitte, ne? Alle in die Mitte. Ist wirklich so. Ist das der beste Spot? Aha. Aber jetzt noch nicht. Erst wenn alle in der Mitte stehen. Erst wenn die Nashörner wechseln. Ja. Willst du mich ver... Ich versuche dem Nashorn gerade in den Po zu kriechen. Und, wie ist es da? Schön warm und luftig? Ja, schön. Ist da alle in der Mitte stehen? Ja, das ist der beste Spot hier. Also, wie kann man... Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Und, Alter, zwei Nashörner wollen hier mich gleichzeitig. Äh, das finde ich ein bisschen... Wir haben dich lieb. Guck mal, die haben so ein ganz spitzes Horn. Damit bin ich aber nicht einverstanden. Sicher? Ja. Du wirst es noch lieben lernen. Werde ich nicht, dann kannst du es genießen, oder wie? Nein, nicht gut. Ich kriege kreis. Nicht gut. Ich kriege kreis. Nicht gut, nicht gut. Oh, ich bin raus. Ah. Äh, das rote Tuch nicht vergessen? Jürgen, das hilft mir mal auf die Sprünge. Wegen Toro, Toro. Achso. Siehste, überlebt. Erster Wurr. So, jetzt können auch nur ein oder zwei Runden kommen, oder? Gute Frage. Bitte irgendwas, was ich kenne. Blockparty. Das kennst du das schon mal. Stimmt. Da sollte man die anderen nicht festhalten, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, ja. Das ist gut. Also, wir Gruppen kuscheln alle um Hannes, ja? Ja. Okay. Mit anfassen? Was? In der Regel geht es mit anfassen. Das Spielspiel mit mir. Jetzt gehe ich mir auch mal petzen. Das ist doch so, oder so. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Dynapod ist? Ist hier nicht was passiert? Warte. Da passiert was. Oh. Böse Dinge. Böse Dinge. Huck et all? Okay. Hat sich Stella gerade selber gedrückt. Ja, das Dynapod funktioniert nicht. Genau, auf die andere Seite. Ein bisschen wie so ein Fitnessstudio. Du musst aber auch die Zunge so raushängen lassen. Leckt man dann wie Lassi, oder was? Einer ist raus, endlich. Wir liegen gerade in Führung, kann das sein? Ja, das ist auch keine große Kunst. Ja, das ist auch eine... Ja, mit... Oh, nein. Auf dem da kommt was Großes. Das war gleich knapp. Das war gleich knapp. Und was? Das bin ich. Ja, genau. Du, 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 du. So. Ha. Easy. Yay. Haben wir es jetzt? Jo, wir haben... The final countdown. Da, da, da. Da, 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 da. Copyright strike ban. Offline. Da, da, da. Da hast du aber Glück, dass wir alle so schön schief singen. Ja, das passiert. Boom. TMCA. Ist so ein typischer Fall von, wir singen alle dreistimmig. So, wie war das schief daneben und mit voller Begeisterung. Final. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich bin da. Stopp. Hey. 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 Einzige Level, was ich mal gewonnen habe. Hallo. Links. Oh, okay. Da, 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 da. Ich laufe hier gerade. Oh, nein. Ich laufe jetzt gerade gemeinsam. Irgendeiner ist schon ganz unten. Hallo. Ich bin dumm. Nein, scheiße. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich bin raus. Nein, 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 nein. Ist noch einer von den anderen? ja wo ist der andere ganz oben ich habe noch einer ist da unten max das bist du also ich würde mal sagen so tages ca recht so aber wir hatten glück dass der 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 irgendwie über uns noch war dass er dann halt glatt durchgefallen ist war ja was meinst du warum ich die mitte schon freigemacht habe wenn ich komplett durchgefallen bin dann kann ich auch die mitte freimachen weil der freigemacht nicht runterzufallen wollen wir jetzt die soloshows mal probieren ich bin glücklich für den abend was ist denn dieses hexaton eigentlich das ist nur weggehext dreimal okay gut was haben wir kreator und gegenwind berglauf also das sind dann nur die einen machen wir machen wir das wo von dem oberen kreator also kreator und liste zwei okay gut dann applaus applaus die apropos max das musste mir bei gelegenheit mal zeigen wie das mit dem soundboard da funktioniert dann ja machen wir müssen sowieso mal wegen ende des monats und so stimmt ist schon wieder soweit ist so jetzt bin ich mal gespannt was viele jetzt kommen aber hey wir haben jetzt den wir haben die krone geholt ohne dass was passiert ist was soll da passieren technik die begeistert immer und immer wieder ist das folge ist ihm hat das m herr gemacht das level ach so bin ich mal gespannt bei mir lebt er und lebt und lebt und lebt ich kenne das nicht ich auch nicht renne bis zum ziel und das ist immer zu immer renne bis zum ziel wo ist das ziel tatsächlich solo runterfällt muss wieder von vorne die ich war ganz vorne ganz kurz und die was wir haben wir ganz schön könnte man sich dran gewöhnen du das nicht das geht noch weiter da oben was ist schon durch ich auch angeber würde schon sagen jetzt reicht es aber langsam aber das ist geil ich bin durch ja cool ist es na na wo gehst du wo ist das ziel was ich später mein fiese map je später man fliegt desto weiter muss man zurück ok also ich dezenter hinweis augenzwinkern augenzwinkern hätten wir jetzt affiliiert könnten wir ja genau ähm dings machen umfragedings ähm kritik mhm ja ne haben wir noch nicht ähm ich guck hier gerade einen zu der im anfangsbereich irgendwie in die falsche richtung läuft 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 der nur ja die läuft in die falsche richtung dieser josef ja genau ich guck auch gerade josef ferrari und hab mandari 007 follow follow da muss man durchswitchen zu josef ferrari der hat das spiel definitiv durchgespielt ja juti fruti ist da auch josef ferrari krustig loo was ist denn das für ein outfit von ne ich versuch's gar nicht erst zu äh eher ja mit den kyrillischen zeichen kyrillischen zeichen ja ja wie cool der hat schon ok so äh hier ist der ferrari ok am 13 februar die wollen viel outfit hier haben sie du hast am 13 februar gefollowed ja jurgi also das geht nach hinten los wenn ich auf den follow button drücke er hat aber schon ne follow hm fake news hm 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 ja also so eindeutig war das jetzt nicht die map hm ja gerade die letzte kurve hab ich auch erst kurz warte was noch mal nach oben hast du gerade die kurve noch gekriegt ja hm 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 Also 664.000 Mal wurde es bereits gespielt Krass Fehlen noch 2.000 Was ist das denn? Überwinde die Hindernisse und rinne zum Da hat man auch unten auf dem Boden gezeigt Ist das ein Morschbild oder was wird das hier? Hoffe ich doch mal Ah Was ist das? Ah Okay Panjmi Nicht schon wieder Nicht schon wieder Herstellendergang Harte Liebe heute hier Ach nö Stopps Stopps Hallo 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 Der Polz ist so spät durch Raum und Wind Plump Fuck Es ist der Markus Er sucht seinen Rind Quatsch nicht Also drittisch aufs Spiel Ich geh durch So Komm Ich komm nicht mehr Ich glaub ich schaff das nicht mehr Nein Komm du schaffst das Max 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 Immer schön hüpfen Du weißt doch das hüpfen Jump Max Jump Max Ich bin raus Ich bin raus Oh Oh Ich kann aber mehr kommentieren Das macht er gut Das macht er gut Das macht er gut G-U-H-T Da lehnt's ein bisschen nach rechts Spring doch da mal runter Backseaten Ja Siehste das muss ich auch unbedingt nochmal einrichten So Two Faced Wie hieß die hier? Eine Anspielung auf Batman Oder ist es eine Anspielung auf Two Worlds von Unreal Tournament? Hä? 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 Ich denke auf Two Faced Sehr wahrscheinlich Ich kenne keine Ja ich bin zu alt Vielleicht den Batman-Bösewicht Aber Unwritten und Okay Na die Map heißt Two Worlds Äh Ist halt die Frage wie ihr aufgebaut ist hier Wuhuuu So Ich würde sagen sie ist wahrscheinlich zweigeteilt Ist nicht okay Ja ne Genau dazwischen Genau dazwischen Ihr Ich glaube es hat Ich glaube es hat Ich glaube es hat Ich glaube es hat Ich bin gut von mir Nein Oh 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 Hilfe Der vor mir hat ne Krone Ja Ja wir doch auch Irgend um mein Leben Ey 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 Wie hast du was gemacht? Er ist einfach Ich bin an ihm vorbeigerutscht Wie? Du bist doch ein Doppel zu schnell gewesen wie ich Was ist hier? Qualifiziert So Halt dich um die Droge gezündet oder was So könnte es gehen So noch elf übrig Warte mal ich sehe hier nur drei Leute Ne wir haben unseren besten Spieler Der Max ist schon raus Achja stimmt der Kommentator Maximal 24 Okay Willst du mir damit irgendwas sagen? Holz Kopf Nein Harte Liebe hier Ich bin jetzt schon mental überfordert Was ist hier los? Ich bin jetzt schon mental überfordert Was ist hier los? Okay Okay Ich hoffe das war jetzt nicht Völlig unklug was ich gemacht habe Nö Wollen wir nicht Das war unklug Ich bin live gegangen Das war unklug oder wie? Nein Das war die beste Entscheidung Ja Seit heute Oh Heute werde ich runtergebasht Ah schön So Geh mal hier lang Nein Ähm Warum seid ihr vor mir? Warum sind wir noch nicht im Warum hab ich denn Und warum Robert? Ja Was ist denn los? Ja Ich hab's mitbekommen Hast du schon in der Nitrowitzel? Dein Gesichtsausdruck war auch geil So War richtig War wichtig vor allem zu sein Jupp Okay So jetzt kann ich mit kommentieren Liebensgewürze hier alles Ja So muss das Apples and Oranges Okay Ich bin mehr so der Peaches Ich werf gleich Sternfrucht nach euch Ich werf gleich Sternfrucht nach euch Nee Ich bin eher so der Gar keine Frucht Man Ach man kann auch Kürbis werfen Habe ich gehört Irgendwie Da geht Äh Recht 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 Glaub immer recht Genau Ich hab jetzt hier die Möglichkeit Die Frage des Tages zu äh Beantworten Wie war euer Tag denn so? Hätte besser sein können Ja Recht mal Okay Also bei mir Ja War halt wieder arbeiten Oh Nein Wir sind alle raus oder? Sind wir? Jupp Jupp Achso ok Das leitet jemand an mir vorbei Das lief eigentlich zu gut Der Truck hatte heute dafür gesorgt, dass ich morgen arbeiten muss Aber nur wenn du diesen Tag überlebst Ich weiß Morgen ist es wichtiger zu überleben, weil Arbeiten an Gasleitungen Ich hab da Dinge gehört Obwohl, was für ein Gas? Erdgas Methan Das ist langweilig Uha Ne äh Der Tag war eigentlich ok Also Da Kann ich nicht so klagen Musst du zwar arbeiten Hey Was soll's Ähm Jo Aber Highlight des Tages Hier zocken Ja ich hab Marlin heute weggebracht Und dann hab ich gezockt Dann war ich Rasenmähen bei meinen Eltern Und Blumengießen Apropos mit Rasenmähen und so alles fertig geworden Ja Cool Dann hab ich meiner Mahn geschrieben Was hab ich hier nochmal geschrieben? Ich hab irgendwas geiles geschrieben Da war ich voll stolz drauf Das war ein kreativer Güsse Habe Habe Ich hab geschrieben Generell Mein Nachname Also General Mein Nachname Meldet gehorsamen Sieg über Die Adresse von meinen Eltern Der Rasen wurde vernichtet Und die Blumen wurden bekämpft Und gefangen genommen Der ist gut Der ist wirklich gut Okay Kann man machen Hashtag Mama loben Ja Der war ein Cardio Runner Das hatten wir doch eben gerade Ich hab schon wieder verjessen Ja Wir arbeiten auf die 666.000 zu So hast du es nicht geschafft Und dann hab ich Ähm noch was verkauft Auf kleinen Seiten Das heißt nicht mehr Ebene Hab das noch zur Paketstation gebracht Auch noch einkaufen Und dann hab ich weitergezockt Und dann Und jetzt bin ich hier Also wird weitergezockt Ja Es wird doch heute noch ein bisschen länger So lange kann ich heute nicht machen Ich muss morgen Ähm Um 7 los Äh Ich steh Also wenn ich jetzt fies würde Wäre Wäre Dann würde ich jetzt sagen Ich muss morgen Ich kann morgen ausschlafen Ich werde bis 10 Uhr schlafen Ich werde bis 10 Uhr schlafen Du machst ja Sachen ey Ja So ich Hat gerade meine Uhr mit der Nase bedient Weil ich gerade am zocken will Was Ja da läuft Der eine läuft Der eine läuft Ich muss äh Meine Medikamente gleich nehmen Hm Okay Ich muss mal gucken Am Wochenende Möchte ich Gut dass du das gesagt hast Äh In Sachen Kleinanzeigen Äh Da Muss ich auch was fertig machen Ah Ich Lass mich hier durch So genau So Nein Nein Da kommt ein Ballsperre Oh Gott Okay Nein Ja Gut So Ne Weil ich zeig's jetzt mal bei mir im Stream Und zwar Diese Gitarre hier im Hintergrund Die wird mich Vielleicht irgendwann demnächst verlassen Gekauft Wieso denn das Warum verkaufst du deine Gitarre Deine arme Gitarre Wurdest du gezwungen Nein War sie frech zu dir Haha Sie bekommt nicht mehr die Aufmerksamkeit Die sie verdient hätte Was Sie auch irgendwie falsch haben Weil ich hab dir das verdient Du bist Ja Naja Gerade andere Prioritäten Ich muss das bloß endlich mal fertig machen Ne Und dann halt in dieses schöne Portal Was nicht mehr Ebay heißt Äh Reinstellen Ja Auf jeden Fall Wie es heißt nicht mehr Ebay Weil die die Lizenzrichter verloren haben Das heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen Ja Auch wenn es mich davor graut Vor den Anfragen So letzte Preis Preis bitte Was letzte Preis mit A bitte Ja Hatte ich auch schon Letzte Preis Ja Ich hab letztens Ich hab das Handy von meiner Mutter Das alte verkauft Und da meinte er irgendwie Deswegen hast du dein Kind auch abgeschoben Weil du krank bist Damit ich in Ruhe holen kannst Ja Gute Besserung an der Stelle Und finde ich ganz gut Ja Gute Besserung Gute Besserungen Das hat mich immer kurz Weiß Das macht das nicht 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 Das bin ich. Was? Nein, das... Ich sag das böse Wort mit F nicht, aber ihr wisst was. Fussel! Freiheit! Was? Genau. Das böse Wort mit F ist Fussel. Ich bin jetzt raus. Tschüss! Aus ist er! Auf Fick! Hui! Ich hab's euch noch geschafft. Stella von mir auch noch mal ganz, ganz viel gute Besserung. Ja, gute Besserung Stella. Für dich doppelt gedrückt. Aber ohne, dass du dich ansteckst, ne? Max? Ja, bitte. Was meinen Sie? Okay. Ja. Gib's mir, Robert. Gib's mir. Nein, ich hab nur gesagt, Max, du bist so weit hinten. Er hat grad seinen Freiflugschein gemacht. Okay, mach das. Mach das, Stella. Gute Besserung. Wie gesagt, für dich gedrückt und erholt dich gut. Wir schreiben uns. Wir schreiben uns. Schauen. Gott sei Dank. Okay. Also, jetzt sind wir wieder bei Two-Faced. Gut. So, wer hält jetzt den Skill hoch von uns? Holzkopf noch da? Ja, noch da, aber konzentriert. Okay. Sag ja und viel runter. Konzentration. Nicht zu verwechseln mit Kontenanz. Nein. Dann kann ich jetzt entspannt ein legales Krautschlingchen raufen. Jupp. Das ist echt nicht meine Lieblings-Map. Durch. Wuh. Ey, das ist ein Schlump. Ja, außen rumlaufen, das hilft manchmal. Da ist einer wirklich oben vor das Vollgeld-Schild gekracht. Passiert. Komm. Komm schon, das schaffst du. Du schaffst das. 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 Nee, ist weit weg. Lieb aber echt nicht gut, muss man sagen. Muss man echt. Hannes und... Robert. Jo. Robert? Jo. Hatten wir da unten rechts gerade einen Big Daddy? Okay. Ich wunderte sowieso, dass es hier keine Anime-Girls und sowas gibt. Wo ist denn das eigentlich? Hm. Schwierig. Das Spiel soll ab 12 sein, oder? Nee. Ab wieviel Jahren ist das Spiel eingeschränkt? Hat gar kein alteres Beschränkungs. Warte, sagst du. Sicher? Ich hab dir nichts angeklickt. Ja. Hm. Ja, mit den Anime-Girls, dann wär's ja automatisch dann ab 8. Katzen, ne? Ja, gut, du musst sie ja nicht gleich, ich weiß ich, sexualisieren, aber so ein paar Katzenfötchen und Öhrchen wären auch ganz schön. Katzen, die hast du. Wieso? Es gibt doch ne, ähm, da vorne rennt doch ne Katze. Hehe, ja, okay, stimmt. Tatsächlich auch eine sehr cute Katze. Ja, und Hello Kitty ist hier auch mit am Start. Dann sag ich doch, Hello Kitty rennt hier vorne rum. Ja, ja. Hättest du in der Doku gesehen, wie groß dieses Merchandise-Imperium hinter Hello Kitty eigentlich ist. War mir so gar nicht bewusst. Okay. Riesig. Ist richtig krass. Oh, da ging's runter. Hm, und wie's läuft's? Flüssig. Das Bein hinab. Aber es läuft. Hä? Oh, alle. Hä? Okay. Bang, sei Dank. Ja, Hannes. Bam. Jetzt fehlt nur noch Robert, aber er ist raus. Bin raus. Ich hab's an dem, an dem vorletzten Kreis verkackt. So, acht haben sich qualifiziert. Mal gucken, wie's jetzt abgeht. Hannes, wenn du jetzt die Krone holst, fünf Subs. Auf mein... Okay. Bei dir aber auf dem Kanal. Apples and Oranges. Okay, mal gucken. Nur keinen Druck aufbauen, wa? Ja, aber das ist okay. So, jetzt müssen wir auf Hannes und dann müssen wir ihn schön anfeuern. Bin ich mal gespannt. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Achte dich! Ich glaub, das steht da immer. Los, Hannes! Los, 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 ein bisschen weiter links. Achtung, da kommt in die Tür. Links! Du musst ins Ziel kommen! Achtung, die Drehscheibe! Ja, gut, links, rechts, geradeaus. Alles! Entschuldigung. Flösebrot! Tot! Brot! Was? Was sind das hier für... Mangos und Papayas. Headshot! Ja... Aber wie? Mangos und Papayas. Bin ich froh? Echt? Ich bin durchaus verkackt. Ich wäre aber Zweiter geworden. Ja, HelloKitty. Nein, HelloKitty. Du hast keine Chance. Gegen HelloKitty, da muss man andern. Wollen wir noch was anderes probieren? Was denn? Können wir machen. Irgendwas anderes. Ich denke, wir haben alles gesehen. Ja. Ja. So. Wup, wup. Ich habe Kostümfarbe. Okay, eine neue Farbe brauche ich nicht. Jürgen, immer rein in die Wunde. Platz 2 ist auch verloren. Ja, hat er ja recht. So. Show wechseln. Wie... Na, Hexaton... Ja, okay, dann gibt's ja... Wir wollen ja nicht nur eine einzelne Map spielen. Dementsprechend ist halt normal Trupp. Hola, nein. Oder... Oder... Ja. Meint er lieber Solo? Ich würde auf jeden Fall eine Runde Solo mitmachen, wenn alle dabei sind. Ich bin bei jeder... Für jede Schandrat bereit. Mhm. Okay, dann machen wir Solo. Und auch von mir ein Hallöchen Hero. So, wer fehlt denn noch? Achso, okay. Was? Hm. Spielersuche abgegeben? Ja, ich bin aus Versehen mit meinem Knie gegen den Controller gekommen. Achso. In der... Ich habe Hage drückt und gleichzeitig geswitcht auf die Dinger. Und dann hat das... Jo, passiert. Das war... La, lai. Wie geht's? Wie war deine Woche? Das war kein... Klein Florian schuld. Er hat sich fremd gesteuert. Achso, wir sind jetzt in einer Solo-Tour unterwegs. Also müsste er 60 sammeln, oder? Nee, es gibt glaube ich nur 40er Lobbys. Achso. Okay. Okay, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Aber ich hasse das Level. Okay. Das sieht so aus, als würde ich das verkacken. Ja. Kein Ton? Wie, kein Ton bei dir, Robert? Er war bei mir. Ja. Oha. 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 Das ist ungünstig. Holla. So, jetzt müsste aber Ton da sein. Hallöchen, Hugo. Hier sitzt Ton da, nein? Hi. Ähm, Robert frag grad. Ähm, du hörst ihn doch bei mir auch. Also bei ihm sollte jetzt wieder Ton sein. Oh, sehr schön. Äh, ja. Das ist, weil ich vorhin den, äh, Server ausmachen musste. Hat sich die Sound Engine verabschiedet. Die muss, die muss man dann neu starten. Das habe ich vergessen in dem Moment. Oha. Like a pro. Hm. Krasse Sterne. Ach doch, das mit dem Pinball hatten wir schon. Nein. Nein. Doch. Oh Gott, ey. Buh. Alter. Lass mich durch, bin schaulustig. So. So, nein ich mach das nicht mit nem Pinball. Ich kann das nicht. Zum Brinnenziel. Scheiße. Ja, wir hatten heute alle technischen Probleme. Nein. Technik, die wir gehalten haben. Wie schön, wenn da anderthalb Stunden kein Ton da ist. Naja, passiert. Aber danke, dass du Bescheid gesagt hast. Tatsache, man kann es nur einmal. Natürlich. Man darf nur nicht zu weit außen stehen, aber auch nicht zu weit in. So, ihr seid jetzt schon alle durch, wa? Ja. Ja. Ich war dritter oder so. Läuft an. Um es mit den Worten von Jürgenos zu sagen, wenn du zum Schluss die Krone nicht gewinnst, hast du verloren. Ja, hat er ja recht. Aber wir spielen ja auch, um Spaß zu haben. Ja. Und man kann immer noch Sieger der Herzen sein. Der war schleimig, wa? Nein, ich hab doch reagiert. Du, man konnte dich aber nicht hören bei dir. Deshalb hast du nicht reagiert. Also ist die Aussage, dass du nicht reagiert hast, schon irgendwie richtig? Irgendwie. Eigentlich bin ich nicht. Wow. Du bist, äh... Geotestigen meist. So, und jetzt erklärt mir noch mal, warum in der Mitte so schlau ist. Es kommt drauf an, was das für ein Nashvorn-Ding ist. Ganz einfach, weil so weiter alle zusammenstehen und hier ist es zum Beispiel nicht so. Jetzt wird es natürlich richtig lustig. In der Mitte ist der sicherste Spot tatsächlich, aber hier nicht. Hier nicht. Hier ist Hose in der Abmesserung. Hier heißt es einfach ausweichen. Letztens Runde zweimal gegen die Aussendinger getounced. Oh! Ich glaube, ich war der Erste, der rausgeflogen ist. Kann das sein? Oh nein. Ich bin raus. So, ich guck jetzt. Holzkopf zu. Ja, ich mach mal. Hey, die können sich gegenseitig tacklen, die Nashörner. Mann! Nein! Ja, die können sich aber nicht rauswerfen. Gegenseitig. Vielleicht. Ich guck auch Holzkopf zu. Rechts, Holzkopf, rechts! Ach, du warst doch schon ganz gut. Okay. Ich glaube an dich. Oh, Mann draußen. Ach nee. Links, 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 links. Achtung, da ist ein Nashorn. Link ist ein Nashorn. Alter, da sind drei. Ach, scheiße. Zu viel Aufmerksamkeit. Du warst im Mittepunkt. Außer beim Kekswich sind nie eine gute Entscheider. Was? Weiß? Läuft. Ja, es gibt jetzt nur noch einen Sieg. Wow, hat der direkt die Krone geholt. Wow. Spring. Und daneben. Weil alle rausgeflogen sind aus der R. Ne. Entschuldigung. Es war aber jetzt. Was? Das war Soloshow. Das geht so selten, dass jemand direkt die Krone holt. Krass. So, und dann gleich nochmal, wa? Ja, einmal mit Profis. Ist richtig. Sagt der, der sich, äh, wo man ganz hell kein Sound hat. Einmal im Profis. Ich, 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 ich hab ja nur das, was vorgelesen, was, was der Hero, was der Nei geschrieben hat. Der hat so viel Cutter reingeschrieben. Also, ich möchte ja nichts sagen, aber mir ist das auch das eine Mal passiert, bei Gears 5, äh, die erste halbe Stunde, wo ich gemutet war. Ja, passiert. Mein Gott. Da hatte ich eigentlich das Glück, dass ich, äh, von Robert die, äh, Tonspur, zumindest für die Zeit, wo ich verkackt habe, benutzt habe. Das hat ja funktioniert dann. Zumindest für YouTube. Legst du das ja auch auf YouTube hoch? Hoch. Wenn nichts dagegen spricht, ja. Hallo, YouTube. Hallo. Also, ich mach das in der Regel auch. Hm. So, Party mit 40... Ach so, viele Videos, die ich noch freischalten muss. Ja, ich komm auch grad nicht hinterher. Aber mehr wegen den, ähm, Thumbnaids. So. So. Worauf warten wir hier grad noch? Auf den Server. Schweinerei. Hm. Voll die 80er Jahre Party-Mucke war. Ich hör nur meinen Rechner. Ist wirklich sauber. Ist aber grad wirklich super ewig. Was, was ist da los? Ist aber abgeschmiert. Noch mal neu suchen? Ja, würd' ich sagen. Spielersuche abgebrochen. Und alle guten Dinge sind 85. Du, 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 du. Komm mir vor, jetzt noch nicht. Ich hab's schon mal gesehen. Wiedersehen macht Freude. Aber ist heute echt so ein bisschen der Wurm drin, ne? Hm, der Earthworm. Der Earthworm. Da, was meinst du, warum ich meinen Namen geändert hab, Hannes? Damals. Wenn ich überlege, du hattest. Ah, okay. Ja. Und dann hab ich gesagt, boah, nimm mich doch einfach Max. Und so wurde einfach Max. Ja. Jetzt kann ich halt immer Jokes machen, wenn jemand, ähm, wie soll ich dich nennen? Nenn mich einfach Max. Haha. Apropos, ähm, das hast du, ich glaub beim letzten Forza-Stream warst du nicht dabei. Aber da kam jemand rein und meinte so, dass er, ähm, mich beim Durchstöbern bei Forza halt irgendwie auf den ersten Blick unsympathisch fand, weil er Drogenhannes gelesen hat, statt Drogenhannes. Das ist unsympathisch? Also er hat dann gleich weitergeguckt. Boah, Hilfe. Boah. So, typischer Fall von, ah, und Plumps. Gut. Typischer Fall von Plumps? Ja. Und Plumps. Und sie Plumpsen um die Wette. Wupp. Boah, Hilfe. Lässt mich in Ruhe, boah, bam. Boah. Von den ersten? Echt? Nee, von den ersten. Krass. Nice. Geht's it? Neng, neng. Boah, ernsthaft? Ich wär zweiter gewesen, wenn ich nicht so blöd gewesen wär. Okay, läuft bei euch. Aber wir sind alle ziemlich weit vorne. Gut. Also ich. Warte mal, wie war das Y ist jetzt Spieler-Mail? Du hast uns Rückenbeckungen gegeben. Ja, aber ich hab's geschafft. Das ist ja genauso wie beim Speedrun. Die Leute beschweren sich immer, dass es keine gute Pibi ist, also keine Personal Best. Ich sag immer, hey, Pibi ist Pibi. Ja. Versteh ich gar nicht. Du hast ein Weihnachtsmann. Ein bisschen spät. Ein bisschen. Ist nicht gerade weggeflogen, der Weihnachtsbaum? Kann sein. Kann sein. Ach so, Weihnachtsmann. Es gibt auch ein Weihnachtsbaum-Kostüm. Aber ich sag mal so, bei mir, wir haben dieses Jahr einfach die Weihnachtsdeko am Schlafzimmerfenster einfach gar nicht abgemacht. Die hängt da schon, also diese komischen Fensterbilder oder so, die man da ins Fenster machen kann von Weihnachten, die hängen da jetzt schon seit zwei Jahren oder so durchgängig. Also ich weiß, mein Weihnachtsbaum ist auch toll, der steht seit drei Jahren. Piss. We wish you a Merry Christmas. Ah nein, nein, das ist ein bisschen sehr cool. Ich bin den toll einfach, deswegen habe ich den immer noch. Deswegen steht der auch immer noch. Wow. Okay. Und er verliert keine Nadeln. Weil er künstlich ist. Hm? Ja. Wow, Alter. Der hat mich gerade hier einfach nur weggebasht. Nein, nicht zuvor die Bauwerkzeuge. Ich finde ihn toll einfach. Seit drei Jahren zu faul, ja. Das könnte ich sein. So. Äh, Markus? Äh, ja? Wie das? Äh. Nice. Wollte ich voll rein, äh, rein, äh, schwerfen lassen. Wie kann es fliegt ganz weit nach vorne? Jetzt hätten wir mal im Trupp sein müssen. Alles fliegt. Wir wollen Sieg. Hm, ja. Bis zur Endlichkeit und noch viel Fighter. Ah, wir sind noch alle drin, oder? Ach so, übrigens, hast du denn Ani... Ja, wir sind, wir sind, wir sind, glaube ich, alle unter den Top Pfeifen gewesen. Hm. Übrigens, er waren Anime-Girl. Oh. Hm, upload Heiz. Hm, scheiß. Die kenne ich noch alle nicht. hallo hallo ich würde jetzt dass hier dazwischen gibt es wartet nicht mal anders geht darum dass wir ein bisschen die musik genießen okay die ist wirklich super aber was muss er da laden also groß grafisch ich glaube das richtet sich immer nach den schwächsten system was mitspielt okay gut bitte durchgefallen sehr gut max ich hoffe wir sind hier richtig ja ja ich lauf dir da irgendwo hinterher kann sein dass wir so ganz alleine ganz vorne sind geilo hier gerade echt super entspannt hier ich bin dumm ne bist du nicht du bist voll k.o.l. was verkackt hannis hat's verkackt voll klug ich bin drin und ihr ja ich bin noch unterwegs ach komm das schaffst du noch ich bin 6 schwach angefangen und ja leider ist es richtig hatte ich bin alle ich werde ich sagen aber bis auf holzkopf waren wir alle unter den top 10 ich werde ich sagen aber bis auf holzkopf waren wir alle unter den top 10 es liefst du gar nicht mehr unter den top 10 ja klar aber ein respektabler elfter platz ein kluges pferd springt nur so hoch wie es muss so hallo bitte auswählen ich habe die befürchtung die lobbies abgekackt oder auch nicht ich habe nichts gesagt das ist der spannungsaufbau parking oh finale runde 1,6 millionen mal gespielt okay wie kommen die zu unterschiedlichen zahlen zustande ich meine das ist ja ein randomized lobby also du kriegst ja immer maps vorgesettingen es gibt wahrscheinlich gewisse lobbies die nur bei an gewissen in gewissen runden gespielt werden wie zum beispiel das jetzt hier wird wahrscheinlich eher eine sein die du ganz am ende hast ja weil jede map ist für eine bestimmte anzahl für spieler zur verfügung und dementsprechend im pool dementsprechend ist das hier halt eine für wenig leute auf die würstchen würstchen party sagst du sind die auch vegan nein sind sie nicht nur für dich nicht nur für dich nicht ok ich esse vegetarien und veganer und das essen weg hä wo kommt man hä ein essen scheißt auf dein essen hä was müssen wir machen man muss die rolle hier hoch ja aber wie ist mein ernst wie kommt man denn die rolle hoch auf der anderen seite ach auf der danke geschafft ist eben ja aber der tipp war gut heeeey danke du hast uns erlöst wir haben uns grad richtig blöd angestellt ich bin ja auch aber ich war noch der höchste von den blöden ja ach schade das wäre jetzt so der moment gewesen so den spieler zu melden was was nein leid nein fernst du florian hatten genau doch das war gut das war gut haben wir ein screenshot gemacht unbedingt den disco packen ja das war eine gute runde von den meisten ein verdienter sieg ich habe die dinge gehört passiert du hast dinge das kann ich sein mit voll verrauchter stimme nein rauchen ist nicht gesund liebe kinder ja finde ich auch das sollte man nicht tun also zwei raucher und zwei nicht raucher und gleich fängt einer von den rauchern an zu schreien weil asche auf sie hier in schritt gefallen ist das ist das beste ich hab davon immer noch eine narbe ach die scheiße ich bin mal zwischen den hosenbund gefallen und stecken geblieben oh das tut mir leid he-man läuft mit uns he-man master of the universe oh hi Max hi Max hi holzg hallo hallo die Schneewelle wieder hoch die sein runter ich verstehe es nicht alles was du sagst kann und wird gegen mich verwendet werden ins ziel laufen den hindernissen ausweichen hello kitty übernimmt vielleicht die führung oha sind wir schon wieder ist da eben gewonnen oder ich steck nicht oh nein oh also manchmal heigt das gefühl das spiel wäre ein ob mobben ne so so qualifiziert ja kommen alle durch so wie war das wie war das oh oh halt da diese verdammte rolle Ich bin doch Tolles spiel Tolles spiel macht super viel spaß aber hier auch warte bei ich ich glaube von uns allen hat eigentlich da hast du am meisten Multiplayer-Erfahrung, oder, Markus? Nein. Ich will nicht sagen, dass sie wahrscheinlich auch in diesem Spiel am meisten Erfahrung haben. Passiert. Ich mache mal eine kreative Pause. Ich gebe kurz auf die Mitte. Viel Spaß. Schwimm nicht zu weit raus. Ich habe letztens bei einem Stream auf dem Discord gesehen, da gibt es einen Raum, der heißt Kackigong. Was für ein Ding? Kackigong. Da kann man ein GIF mit einem Gong reinstellen, wenn man gewisse Dinge erlädt auf dem Discord. Oha. Kann man machen, aber warum? Weil es witzig ist. Ich folge He-Man jetzt. Ich glaube nicht, nicht so gut. Oi. Da geht's auch runter. Da geht's auch runter. Kleine Uhrensohn. Oha. Uff. Oha. Juuuuh. was war das denn seid ihr schon durch ja gerade eben nein ich muss mal auf die leute an die dabei war so schön springen sie fährt ihn gemacht was ist denn jetzt hier los mit bananen kann man nicht spielen zwei zuschauer ich hatte gerade dreimal die verbindung zu meinen controller verloren und er mag dich halt nicht ich bin trotzdem ich bin trotzdem noch der trotz der gewollte ich mag das spiel nicht ist einfach schlecht sein kann ich gut wichtig so max komm her in the name of law gibt euch gegenseitigen schub links hannes links 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 vor allem die guckst du ja aus dem anderen kamera winkel links 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 rechts hoch runter ach komm da kommt was und jetzt diagonal navi ansage in 66 kilometern fahren sie bitte zur hölle warum sind die rollen gerade so lang gehen auch irgendwann unter das wasser steigt rundherum also nichts zum beispiel also ist gerade bei mir super unspektakulär tut mir leid an der stelle rober traur hinter letzte worte guck mal das was rot ist du musst die anderen mehr knuddeln einfach überleben geht das nicht nach irgendwann auch nach zeit dann raus nein es geht nach den leuten die ausgeschieden sind ich habe hier raus fallen müssen wie viele müssen noch ausfallen noch einer einer ja du zum beispiel du hast es geschafft war ja schon knapp das ist ja eine hello kitty rum soll ich es darauf anlegen und stänkern nein dann fliegst du erst recht raus glaube ich aber leider auch jawoll oh guck mal das eine valkyre team man ist raus geflogen hello kitty ist noch dabei so mal gucken ah verdammt es gibt ja auch ein drachenkostüm ich war schon mal auf ein metal konzert vor der bassist ein t shirt an hatte ich wollte mir immer das von celine dion in death metal holen äh t shirts von äh so richtig so dieses standard death metal scheiß ich wollte gerade selber spielen ähm wo dann halt so runter steht celine dion tour 99 oder sowas saugeil ja oh nein weil ich dumm bin guck mal da ist noch mit dem loch da bin ich gerade reingeframt schubst die katze schubst die katze guck die katze tanzt für sie allein tanzt auf einen was sorry habt ihr schon gesehen was ich hier gerade gemacht habe das war ziemlich geil ja oh mann ich bin so greedy warum bin ich so greedy weil ich greedy bin schubst die katze schubst die katze hättest die katze geschubst du ich hab's so verkeckt ich hab's so verkeckt ich hab's so verkeckt ach lauf außen rum lauf außen rum äh jetzt jetzt ist er bumm drin ja so ein paar sind schon durch ups da ist einer runtergeplumpst ja ich auch die ganze zeit nein ich auch grad hallo kitty ist vor mir das wird ganz eng bam er hat's geschafft max komm du schaffst es auch na super kannst du es noch schaffen na nein fuck das war knapp so aber nur weil ich so greedy war ja wollte mal was schauen qualifiziere dich so hannes ach die höchste runde da musst du den denkern noch eine große klicks rolle ja viel springen wenn die dinger unter dir weg sind sonst blockieren sie sich ja lohnt sich's hier am anfang schon aggressiv zu spielen am rand laufen oder runterrutschen ja hab ich auch festgestellt ähm jo na komm komm älokierte katze zu ja ne ich kann keine älokierte nicht mehr sehen die verhöhnung tue ich mir nicht an du musst du guckst niemand an und so ne ich bin draußen ja dann kriegst du auch die punkte nicht ne doch natürlich kriegst du die punkte dann doch hab ich doch eben grad abgesahnt die punkte ja sobald du raus bist kannst du das spiel verlassen ja dann kriegst du deine punkte hier wurde gesagt dass man da eigentlich dass man bis zum ende gucken sollte dass man seine punkte bekommt hier wurde auch gesagt du sollst alter 4 drücken um die option zu kalibrieren also hab ich auch nicht gemacht weil ich weiß was alter 4 macht na wenn du alter 4 drückst kriegst du eine million euro hm nein das wäre zu einfach du musst mir nur deine punkte schicken genau ich finde das trend privat an die gerianische fremden im übrigen alter 4 funktioniert bei dem spiel nicht mal ne ne ich hab's vorhin schon probiert als ich es aufgehangen hatte es gibt tatsächlich spiele wo alter 4 nicht funktioniert bei alter 4 war auch irgendwie schlecht oder weil manchmal will man halt das programm auch einfach beenden vielleicht ist das ein Zeichen du darfst das nicht beenden spiel es ist ein Zeichen spiel weiter nach dem Motto hm ne da ist böses im Bus wie viele Runden wollen sie noch spielen alle hihihi zwei zwei die hatten ein Gedanke das ist schön warum sind achso sie sind so breit aufgestellt hier naja das passt wie Arsch auf einmal ne mhm das ist doch die äh Musik vom Regenbogenland im Hintergrund oder? komm ne zumindest ein Remix davon Gironimo und jetzt ich hab mich einer weggedrängt oh ich hab mich einer weggedrängt turbo zünd den turbo so zwei und die Knaller pump aua ach so ich nehme einen langen Weg hm und wie schlittert sich so? vorsichtig vorsichtig nicht mit ner Hoden hängen bleiben nein da ist niemand rausgeflogen schon wieder oi stop das war doch ne einfache was soll ich sagen es ist einfach zu viel Skill für diese Map also wippen vielleicht ist es doch ganz gut dass du schon raus bist äh wollen wir tauschen also ich seh grad bei meiner Kamera sieht man eigentlich ach passt 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 alles da kann ich euch ja jetzt ablenken ne ja jup aaa ihr seid so fett man hört auf dick man oh man sind die dick man mh oh Gott so wer ist denn da hinter mir ah robert aah hast du es geschafft dannes ja ich bin noch im Spiel ne ich bin noch da alle dude und Max zieht wieder ab oah was ist denn hier los bei euch oah was ist denn du was machen Sachen mh ich sie schon kommen nach dem Stream denn erstmal Mama die sind gemeint zu mir hehehehe oh liebe äh apropos ah das wirklich kann es dann nachher machen ganz richtig äh es hat heute Nacht Schicht ah perfekt hat Mutti Discord ne 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 definitiv nicht oh manu komm ran naja ich bin raus so warte mal wer ist denn jetzt noch drin hallo yeah hast du eben grad gewonnen wer hat gewonnen du Max ne 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 ich war nur weiter ah wie viele Siege hast du alle ne 2 uphill struggle das hatten wir auch noch nicht oder? ne aber auch maximal 24 Spieler und 1,6 Millionen Mal gespielt schon bei mir wird das ja ein Downhill struggle ok ok aber oh was ist zum WTF 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 Zizilie ist ja nein wiii 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 wuuu they wiii wii ua wua wiii wiii wuuu was alter nein 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 nicht so ein scheiß jetzt mach lieber langsam da weißt du was mit etwas auf nein kommt doch ich liebe dieses spiel auf das ding gar nicht richtig erwischt ok da verliebe ich das spiel oh mei darf ich auch mal das spiel macht mich das spiel macht mich dünner jetzt brauchst du so ein tränen imot seid ihr beide raus doch alle raus und dann war ich raus das war ein bisschen ich fand das schon ein bisschen so war das spiel war wirklich übergriffig das anzeige ist raus wegen internet mobbing hier gibt es rege rege bögen was apropos creator unten bei live shows unten da hatten wir das schon was gibt es hier denn noch ich bin mal kurz bei den sachen drin ach so hello kitty kostüme das kannst du noch gewinnen machen sachen so bereit ach so oder wollen wir die show wechseln zu mir steht da keine show ausgewählt nö weißt du warum nicht ok jetzt bild ist immer so bei ja im trupp was ist denn das für ein emote was du da hast ich will das auch haben von arthur ist cool wie könnt ihr denn emoten twitch ach so ich dachte ja ich bin da ich hätte dafür einen comment kann es sein dass du dumm bist kann es sein kann es sein kann es sein was wollte jetzt meine letzte runde sein also ich schlafe morgen bis um zehn und du ich muss dreiviertel sieben also qualifikation bringt guck mal ihr müsst übrigens ins ziel laufen was hindernissen ausweichen echt ja ich wollte nur den tipp weitergeben ich danke dir hast du hast du hast du hast du hast du hast du so ich kuller mich durch mit der rolle ey Spudgy Pop ist hier nimm ich mit Spudgy warte doch mal Spudgy ist schüchtern hast du übrigens wir sind gerade als trupp unterwegs ne ja bitte habe ich da jetzt gerade eben auch erst festgestellt wir sind noch nicht disqualifiziert aber ich habe noch 14 punkte geholt wenn handels auch noch rein kommt dann wir haben es trotzdem geschafft voll verkackt aber unter den besten 20 prozent hä ok ok ja weil wir dich gerettet haben wollte ich in Anwesenheit also ich war ich war stets bemut naja so wir kommen genau ohja ohja dann sagst du kannst du ja nö das nicht aber das macht Spaß mit dem Kopf durch die Wand genau das mhm lieber mit dem Kopf durch die Wand als gar kein Fenster weißt du doch mhm gattes Willen ah lasst mich durch ich hab nen Holzkleifel mhm aber je mit Steinwand kommt Holz nicht an mhm mhm ein sehr hartes Holz ich hab nen Splitter auf den Kopf ich bin nen Holzkopf was ne Ziegels auf den Kopf ich bin nen Döner den Döner mach ich bin ein Poik das ist nicht gut ähm ja lass dich mal durch okay ich hab's nochmal vergessen lass mich Arzt ich bin durch wup erster lass mich Arzt ich bin durch ja wir haben das mal geschafft als Trupp übrigens ich war erster nice Schieter ne einfach bloß Glück gehabt ich könnt ja sagen das war jetzt so mein ne überflüssiger mein Überschuss an Skill aber ne war Glück ich würd sagen die anderen waren einfach schlecht ja der Wirbel ach das Ding ja das Ding ja ne das Ding der Überlebenskampf was ist mit dem Ding flieg also nach links oder rechts springen nein einfach in den Kreis laufen und äh ausweichen weil hinten kommt ein ach du scheiße Blaseling dann kommt der Blasehase und bläst dich weg okay ja Mai ist das schon Ostern das ist immer Ostern was okay okay für dich nicht mehr mouch 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 überhaupt nicht übertrieben der Soundtrack mouch 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 ab level 25 oder so was in der richtung kannst du kannst du kostenlos freischalten ich habe einen richtig geilen skin ich brauche kein hello kitty ich brauche auch keinen anderen ich bin zufrieden mit meinen obwohl ich den von max eigentlich auch ziemlich cool finde ehrlich gesagt also jetzt ist der von max ist aber auch gleich raus weil hinten kommt der ventilator ich sehe nämlich schon wir kriegen keine punkte mehr max also selbst wenn du jetzt raus fliegst haben wir sind immer durch natürlich sind wir durch aber nicht dass wir weiterkommen auch bei platz 4 keine punkte mehr kriegt wir sind platz 3 ja das reicht auf jeden fall auf jeden fall weiter weißt du was geil wäre jetzt gehen pummelhof ich weiß und mit pikachu gibt es auf jeden fall ja ich war nicht fan von pikachu pikachu war immer der mainheld keiner mag die mainheld keiner mag wiki maus keine markt pikachu die musik geht so richtig hart ab könnt ihr jetzt bitte raus fliegen er ist er ist der letzte war es wird echt nur noch eine ja die aus wir zu ja ja was soll aber ist er echt allein und zu ende ja der terror naja auf der anderen seite wer kann der kann da ist vorbei aber schon ziemlich gut übrigens wir sind immer noch drin wie viele portionen glück haben wir heute alle wie funktioniert das da müssen wir das bild da vorne was da vorne an der wand ist unten malen ein step aktivierten andere step deaktiviert wieder also macht mal ich stehe dumm rum das tut mir jetzt schon leid glaub ich auch mit gläubig dir mir aber auch das ist gut finde ich auch gut ach die hauen dann auch wieder ab ja natürlich hauen die wieder ab wenn du drüber läufst runter 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 ach so genau das weg ach so ach so warte mal wo müssen wir anfangen hä ich machs grad nur kaputt ja ja ne ne Hannes so ok 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 ne ach ne komm ne wer macht das was ist hier falsch? ähm an der seite müssen drei sein ja der hat gefehlt ok oh god ja oh god oh god oh god jetzt ist das zurückgekrieg alles zurückgekrieg so und das hä was machst du noch nie... das ist nicht richtig ich gehe wieder weg der erst ich mache ich glaube ich weiß noch noch ich mache hier vorne die eckenfeuer der außen hat aber spaß gemacht klug war es nicht wir sind im finale hauptsache es kommt jetzt nicht eher in der runde dünnes eis ganz dünnes eis kommt das eis wieder oder ist das wie so ich glaube das ist ein eisbrecher hier ne es kommt nicht mehr kleben bleiben ist tatsächlich am besten bis es weg das soll natürlich jetzt die frage was die anderen draus machen ich habe ein wenig mitgenommen das war nicht klug aber ich habe einen mitgenommen von den anderen der dich festgehalten hat robert machte die kampfstrategie die springende robbe die springende robbe max ist der coole agent da spongebob oh mein gott oh mein gott sehe ich hässlich aus hier haben wir noch diesen flash der vorhin hier hardcore gewonnen hat achtung max der kommt auf dich zu der zerstört hier gerade alles der zerstörer der mir auch noch ein luchador und er springt ja und marcus das machst du perfekt holzkopf vorsichtig nicht runterfallen sie fallen gleich runter bitte vorsichtig ich bin raus oh die springende robbe hat es nicht geschafft das ärgerlich so es steht 2 zu 2 nee wir sind in der unterzahl er hat mich festgehalten oh wie mies so alles hängt jetzt an dir mal aus ja das war das spongebob vorhin bei mir auch schon gemacht gleich am anfang ja er hat dich runter eigentlich rausgeschubbt melden melden ja oh nein passiert war eine gute runden ja die waren lief 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 mal gucken so du bist dann jetzt raus genau ich muss morgen früh raus ich muss jetzt nicht unbedingt morgen früh raus aber ich würde dann auch feierabend machen ja hätte ich jetzt auch gesagt okay alles klar also nur weil ich gehe müsst ihr nicht aufhören nee aber es ist spät und ich will noch was anderes machen und achso hannes hat endgegner time dann morgen ja endgegner ist halt so ne so aber ich muss gerade nochmal gucken wohin raiden wir denn heute oh Gott wir sind alles online ich könnte zu äh dragon hannes raiden darf ich jemandem vorschlagen ja gerne was wäre mit chromatiert der spielt resident evil village chromatiert mhm ja würde ich sagen dann gehen wir zu chroma rüber so ähm was wollen wir denn für ein spruch hinterlassen als Motivation die folge ist penna von der ecke gekommen was keine ahnung äh da 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 äh wie viele kronen schaffst du mit verbundenen augen verbundenen augen xd so das könnt ihr gerne kopieren so rate so das ist schon mal vorbereitet aber startet noch nicht so ähm genau an der stelle ganz ganz großes danke nochmal an alle die da waren oder robert willst du zuerst anfangen oder also war wieder schön mit euch hat wieder viel spaß gemacht und ja was machen wir eigentlich nächste woche freitag weil es ja der letzte freitag von meinem urlaub äh 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 streamplan für nächste woche habe ich noch gar keine peilung muss ich gucken okay gut das entscheidet sich erst jetzt äh nächsten tage ne na äh so von daher mal gucken ähm so wie viele kronen okay genau ähm ja auf jeden fall wünsche ich euch ähm schon mal ein schönes wochenende ein schönes verlängertes wochenende gleichfalls das glaube ich auch und äh tute nur die dinge die ich auch machen würde ja also ähm von mir auch ganz ganz großes danke für die tolle Unterstützung heute hat mir echt spaß gemacht ähm wir haben grandios verkackt wir haben grandios gewonnen wir haben grandios spaß gehabt das war das wichtigste und äh ich denke mal die stimmen werden wir das ein oder andere mal hören also dementsprechend ähm würde ich sagen die letzten Worte überlasse ich den Holzkopf bevor ich dann raus bin ähm ähm ja na dann verabschiede ich mich auch von euch äh es war mir eine Ehre ein äh zuckerschlecken ein Kuss an die Nuss geht da raus an alle und äh äh abonnieren liken subscriben und so weiter äh äh Kuss auf die Nuss läuft äh und auch nochmal ganz ganz großes danke an den Chat an Jürgenos sehe ich gerade noch wir haben die Krone gewonnen und genau damit wäre ich dann jetzt raus und sag ciao ciao au tschau 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 au tschau